wettersturz heute nacht ist es nicht so wirklich abgekühlt 21 grad haben wir es jetzt heute morgen noch um 6 uhr aber wie man sieht am himmel ist es heute relativ bewölkt mal gucken wie das wetter so wird wahrscheinlich ist es dann doch heute etwas kühler als gestern denn gestern mit den 35 36 grad nachmittags das war schon anstrengend und die nacht war dann auch sehr anstrengend hier geht der flohmarkt weiter und hier war immer so kleiner kunsthandel der ist nicht mehr da und so zu mir ist immer eingekauft genau waren immer ganz nette hunter spalten und handwerksachen aus der region wir können auch hause mit getränk ja das war schon ich würde es ja auch mal ausprobieren also